Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Eurotrack Simulator 2. So, wir sind immer noch hier ein gutes Stück in der Wüste unterwegs, gerade aktuell, und ich versuche vehement auf 65 Meilen zu kommen. Aber ich glaube, mein Ziel ist langsam erreicht. Wir sind jetzt bei 63. Da auch nochmal einen Gang runter. Und da stehen noch die 65 Meilen auf dem Tacho. Das heißt, wir können endlich ein Tempomat reinknallen und endlich ganz gemütlich hier rumfahren. So, ich hoffe, euch gefällt die Videovielfalt momentan. Und vielen herzlichen Dank wieder mal an jeden Einzelnen, der im letzten Part ein Like da gelassen hat. Und vielleicht lässt du auch hier einen da, wenn dir dieser Part gefallen hat. Was war das da unten für ein Mauseloch, bitte? Wer sollte denn da durchpassen? Habt ihr das gesehen, rechts auf der Straße? Untergrundmäßig so gesehen das Rohr? Creepy ist es definitiv, ja. Ich finde es auch echt faszinierend, wie viel man hier im ETS 2 mittlerweile hat. Äh, RTS. Also vorher war er wirklich sehr mager. Dieses kleine Stück hier. Jetzt gibt es dann noch Texas, glaube ich, sind wir jetzt. Mexiko? Texas, Mexiko? Ich weiß nicht, wo wir gerade sind. Und hier vorne, das gute Stück ist noch dazugekommen. Aber es fehlt natürlich noch einiges, ne? Hier diese ganzen Blöcke sind offen für Neues. Es kann auch sein, dass ich ein Update nicht habe. Also ein Add-on. Da muss ich nachher mal schauen. Vielleicht gibt es da noch eins, was ich nicht besitze. Das ist natürlich im möglichen Bereich. Ich hoffe, allen Beteiligten geht es gut. Bestimmt. Es sah aus Entfernung aus, als ob das zwei große LKWs wären. Und in der Mitte raucht etwas, dass der vielleicht den einen in den anderen reingeschoben hat. Ich weiß es nicht. Aber es sah gruselig aus, muss ich zugeben. Oh, es wird grün. Schön. Das hier ist so langsam die Seite mit Meerwasser. Wisst ihr? Also Meerwasser. Nicht Meerwasser, sondern Meerwasser einfach in der Umgebung. Ich finde das übrigens faszinierend, wie es mir immer noch Spaß macht, mich in den LKW reinzusetzen, virtuell. Und einfach durch die Gegend zu fahren und einfach drauf loszuquatschen. Ich finde das super. Das ist so für mich irgendwie die Quelle des Laberns. Wisst ihr? Ich kann babbeln und ob es euch interessiert oder nicht, erfahre ich leider erst später. Aber hey, ich habe geredet. Auch diese Überkonstruktion für die Stromkabel hier gibt es nur hier optisch. So, in dieser Art und Weise. Ich meine, hier gilt offiziell 65 Meilen. Die Leute fahren immer noch zu schnell. So, Speed-Reduzierung vor uns auf 55 Meilen. Auf 45 Meilen. Auf 35 Meilen. Aber wir sind schon in Galopp angekommen. Auch nett. Das ging flott. Muss ich zugeben. Jetzt fehlt auch nicht mehr so viel. So, jetzt hatten wir zuerst grün. Dann haben die jetzt grün. Dann müssten die grün haben. Und dann dürften wir wieder grün haben. So eine Kabeltrommel ist ja gigantisch, oder? Das ist echt heftig. Von der Größe her. Kann man sich gar nicht so bildlich vorstellen. Was mache ich da? Einen kleinen Fahrfehler. Entschuldigung. Nicht hier. Das ist nicht gut, was ich hier mache. Und glaubt mir, Leute. Ich merke das selber. Ähm, ja. Hier müssen wir links. Für die Leute, die es nicht wussten. Ich wollte euch zeigen, man kann da nicht langfahren. Mehr wollte ich euch gar nicht zeigen. Ich wollte euch eigentlich wirklich nur zeigen, dass man da nicht lang kann. Oh. Das war knapp. Das hätte jetzt auch echt in die Hose gehen können. Mann, bin ich froh, dass es nicht passiert ist. So. Gang ist drin. Ah. Mein Stuhl ist gerade weggerutscht. Oh mein Gott. War das knapp. Was? 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 Ah, Straßenarbeiten. Joa, Jungs. Macht mal eure Straßenarbeiten da gemütlich. Das juckt mich sowas vom Peripher überhaupt gar nicht. Was ist das da oben? Sieht so ein bisschen aus wie ein Looping von einer Achterbahn. Aber ich glaube, gerade das ist das nicht. Ja, vorsichtig. Gut, hier kommt zum Glück keiner. Wir sind zwar schon da in dieser Stadt, aber der Weg bis zum Ziel hat es natürlich noch enorm in sich. Heftig, heftig. Ich war mir auch gerade gar nicht sicher, wer Vorfahrt hat, aber ich habe sie mir einfach mal genommen. Die Vorfahrt. So, 40 Meilen. Wahnsinn. Ist das der mit dem 3? Ne, ne. Ist auch nur 2. Es gibt welche mit 3 Scheibenwächern. Ich finde den ganz cool. Huch. Dat war knapp. Dat war very knapp hier. Nochmal einen schön überholen, mitten in der City. Hier rechts ist ein Motel. Stellt euch mal vor, ihr habt so einen Trailer dabei und müsst an einem Motel parken. Ich glaube, den setzt man freiwillig draußen vor der Haustür ab und sagt, nö, nö, nö. Ist okay, ich nehme mir den Parkplatz hier draußen. Okay. 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 Das ist ein Roadtrain, aber nicht so groß. Nö, ein Roadtrain sind wir, wenn wir ganz viele Trailer aneinander haben. Das ist einfach ein kurzer Zug gewesen. Bisschen Staub aufwirbeln hier. Und warum? Weil es geht. Ich habe ein großes Problem und zwar habe ich echt Angst, dieses Ding einzuparken, Leute. Oh mein Gott, da muss ich ja gleich pinkeln, wenn das weiter so läuft. Ah, ich wusste es. Okay. Wir müssen tatsächlich noch mehr Raum ausnutzen. Noch mehr, als überhaupt gar nicht da ist. Moment. Wir müssen jetzt sehr penibel sein. Oh. Er rollt einfach vorwärts. Sehr gut. So. Gibt ein paar Kratzer. Ist ja nicht unserer. So müssen wir jetzt leider denken, wisst ihr? Ich weiß. Ich weiß nicht. Wir müssen jetzt nochmal gucken. Jetzt geht es nicht nach. Ich weiß nicht. Wir müssen jetzt noch mehr Raum aufwärts. - - - So. Ach, wie. Ah, wir haben es geschafft, Mann. Perfekt. Unfassbar. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Und? Oh, fast Level 4. Schade. Ich dachte, wir kriegen das Level noch. Egal. Beim nächsten Mal. So, das heißt, das haben wir auch. Moment, wie sieht unsere Karriereentwicklung momentan aus? Ja, ist alles in Ordnung. Der Auftrag war natürlich bombastisch. Und noch sind wir Neuling. Bald sind wir Enthusiast. Und dann geht's ab wie die Luzi. So. Das Lenkrad fährt gerade in neutrale Stellung zurück. Auch sehr cool. Von Warswell geht's rüber oder runter vielleicht. Nein, schade. Von hier runter eine kleine City. Oh, zwei Städte auf einmal. Wir fahren leere Paletten mit einem Pater-Bild mit 500 PS, 18 Gänge. Mit einem Capsleep hinten dran. Das sind zwei Städte für uns. Das lohnt sich enorm, dieser Auftrag. Auch wenn er nur 3.000 sieben Monaten 9 Euro bringt. Äh, Dollar. Entschuldigung. Es sind natürlich nur leere Paletten, ne? Nach Hobbs geht's. Sehr schön. Freue ich mich drauf. Die guten leeren Paletten von A nach B zu schippern. Wenn's dann irgendwann losgeht, ne? So. Wunderbar. Schön. Gut. Dann öffnen wir einmal die Karte und schauen, ob wir wirklich durch die City durchfahren. Ja, fahren wir. Die Frage ist, können wir nicht sogar noch hier durchfahren? So. So gesehen. Das wär super. Dann haben wir drei Städte. Dann haben wir die Ecke nämlich voll. Das sind minutenmäßig 10 Minuten mehr, also Fahrt. Ich find das okay. Von daher würde ich sagen, sollen wir diesen Part noch losfahren? Ja, wir fahren diesen Part noch los. Komm. Aber das ist doof, oder? Jetzt noch losfahren. Dann würde ich sagen, machen wir heute einen kurzen Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dann fahren wir gemeinsam los. Und dann dürften wir auch langsam ankommen, ne? Bis dahin bleibt mir seid. Danke fürs Zusehen. Und Tschüss, Jukowski. Macht's gut. Ciao, Leute.